Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu... ...in dem Spiel, in dem unsere Wohnung im Sack ist. Komm, lass uns mal genau hier in die Tiefe beurdern. Ja, komm. Vielleicht finde ich ja was. Oh, guck mal. Oh, guck mal an. Oh. Oh, nee. Hahaha, war nice. Oh, Mann. Hätte, hätte, Fahrradkette. Unter Wassersee. Hammergeil. Ist ja super. Alter, wie der mir sofort einen reindrückt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wer ist denn das denn, der immer auf die Ecke kommt? Das ist ja der Hammer, ey. Boah, lutscht mir meine Eier! Äh, Eisfinie. Ist das wirklich wahr, Nico? Ja, ich glaube es ist. Ich werde dich sehen. Ich dachte, die ist blöd, verdammt. Und so eine Wichs-Mine finden wir einfach nicht. Aber sollen die doch mittlerweile total oft... Ja, ja, ja. Ich wette, wenn wir eine finden, dann finden wir so eine Truhe, wo keine Melonsamen drin sind. Ja, genau. Die Leiter raufwittern könnte, um den normalen Weg zu gehen, so wie alle anderen. Nein! Wir müssen immer quer durchschluchten, um uns abschnetzeln zu lassen. Wie viele Medipics haben wir eigentlich noch? Auch drei kleine noch. Oh, das ist ja niedlich. Wunderbar. Battle Season, ey. Da habe ich auch die ganze Zeit gefunden. Noll! Christian, ne Kiste! Noll, das ist ein Scherz. Pumpkin Seeds und Pumpkin Seeds. Hahahaha! Ich keine Wille uns haben. Aber, ihr könnt spawnen. Das ist rechts, rechts! Hier, wer war noch im spawnen. Wie macht denn der noch beim spawnen? Was soll denn das? Wie kann man nur die ganze Zeit campen, so krass? Nein, die Polizei kommt mir zu... Ah, nein! Okay. Uah! Ah! Alter, super knapp. Alter Vater, wo kommt der denn hier um die Ecke gesneakt? Na, guck mal, da sind wir bei Drain schon mal soweit. Drain, jetzt sind wir bereit, du kannst Drain anrufen und Hilfe auswählen. Der schickt dir dann ein paar seiner Schläger zu Hilfe. Ein paar Schläger am Start, aber geil. Hm, ja, Drain hätte jetzt immer noch viel von mir. Ah! Alter, schluckt der! Wow! Scheiße! Und waren da noch zwei, kann aber sein... Skelett! Scheiße! Alter, ich hab mich hoch. Ich hab irgendjemanden aus Versehen geschlagen. Ja, mich. Dann steigen wir mal ein. Und dann müsste es schon 8 Uhr sein hier in GTA. Ja, noch nicht ganz. 7.56. 7.57. 7.58. 7.59. Hahaha. Dies ist die automatische Zeitansage. Mein Gott, hier ist ein Spawner. Skelett! Scheiße! Oh, oh. Bau zu! Ah! Nein! Hahaha! Alter, du hast noch... Ja, ganz ehrlich, wer braucht in diesem Spiel... Ah! Ah! Warte! Wow! Ah! Das war der! Über uns war der doch... Noi, wir hätten hier sein Schwert fallen lassen! Ich! Noi! Ich hab da schon mal auf die Map geguckt. Wie gechillt das hier alles aussieht. Wie wenig Auftraggeber wir einfach nur noch haben. What the fuck ist das denn hier? Gambetti? Wie? Ja, hab ich nicht aufgepasst. Junge. Wahrscheinlich hab ich nicht aufgepasst. Schweine haben. Nein! Oh nein! Nein! Was hast du jetzt gemacht? Oh, ich hab die Tastertoilette als erstes sauber gemacht. Boah, ich hab schon gedacht, du hättest die Melonsamen gefressen oder so, ey. Davon lass ich jetzt das Gebäude wieder. Hammer geil, dafür wird automatisch gespeichert. So gehört sich das. Das war die schwierigste Mission aller Zeiten. Boah, Gott sei Dank bin ich nicht drauf gegangen. Gott sei Dank hatte ich schutzsichere Weste, ey. Alles andere und... Boah. Unser Ding. Schmeiß mir mal nen Tank. Alter, ohne Spaß, ich jetzt wollte nen Tank. Sepp, jetzt! 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 Alter, Alter. Jetzt brauch ich nen Trank. Warum rennen wir denn weiter, wenn wir nicht einfach nen Trank nehmen können? Tja, das war's. Wir freuen uns. Showfinish. Oder das funktioniert halt gut ab... Ja, so kann man abmachen. Ich mach gleich nen Single-Let's-Play raus. Sepp schubst dich gleich in die Labe. Und dann passt das schon. Das ist so geil. Achisch. Na wo hab ich geschotzt. Das ist der einzige unsere Arbeit. secured. Das ist dein 빠組 Gott mal teilen. Nicht dein Traum. Kann helfen die Menschen. pouvoir pulleden? Du hast erst zu helfen, du bist Yaße. Und dann kommt... Ent ging ein Zeug. proprio серд gib mir. jetzt mache ich das scheiß jemand jetzt mache ich das ja mann gibt mir ein kräftiges ja mann ich schaff das jetzt ja mann ich schaff das jetzt jetzt komm ich bin der obergrößte motherfucker auf diesem planeten ich schaff das jetzt kommt der hd kommt kam hier hin müssen wir gucken ob die karriere da checkt bisher sieht das schon mal nicht so gut aus willst du mich verarschen kam pass auf ich gehe mal ein stückchen hier sorge einfach dafür dazu dass du da wegkommst dann schaffst du das auf jeden fall das sag ich doch das ist schon mal ein bisschen auch gewesen ob peter jetzt bitte schafft das ich will nicht mehr wo die sind aber auch gemein die tore danach was haben wir uns eigentlich das ist das nass hier gerade dann liegt aber nicht nur an mir ich weiß was ich gesagt habe ich bin denn es passt ein bisschen auf mit ein wurfträger das zweite mal dass mich jetzt damit getroffen hat ich mache euch ich habe es geschafft nicht der wupp aber guck wo wir da hinten steht und nichts kann am liebsten Na, egal. Am Arsch! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play... Ja, ich renne drüber! Oh Gott, ich renne auch. Lol. Da kann tatsächlich... ...erfüllt werden. Boah, das war wieder hier die Stelle mit dem Autoclown. Keine gute Idee, weil Bullen direkt war. Außerdem ist da die Stelle, beziehungsweise der... Nicht mich überfahren. Fuck. Nein, der hat Pfeil und Bogen bekommen. Oh, seht, ein Holzkopf. Ah, du musst den Pfeil abschießen, äh, den Schalter abschießen, wa? Boah, Skylern kann schon einiges. Alter. Ah! Was ist das denn für eine Scheiße? Warte, warte, warte. Ah! Lol, wo kommt der denn her? Ah! Zu viele! Nur fünf. Aua! Nur noch vier. Bam! Da will kill you. Ich komme hier nicht raus. Ja, ich muss... Wir müssen noch... ...eine Tür aufmachen. Viel Spaß, Peter. Hä? Null! Null! Oh ja. Nein, nein. Mach mir jemand die Tür auf! Mach mir jemand die Tür auf! Alter, ich werde sterben. Nein! Oh ja, das wärst du. Nein! Ja! 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 Geil, ey. Wie die Navigation unten überhaupt nicht verwirrend aussieht. Ja! 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 Bei YouTube nachher gesehen. Hier, wir haben übrigens... Ähm... Ich weiß nicht. Ist die Sendung jetzt schon vorbei? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich dunkel hier auch. Ja, äh... Da bis am Rand ist da überall Stoff. Achso. Stoff ist da. Wer zu sagen hat, der Verrückte Ere hinter Gettern? Vielen Dank, alter chinesischer Mann. Vielleicht, äh... Lese ich da aber auch zu viel rein. Wo ist denn jetzt schon wieder meine Karre? What the fuck? Komm. Der Pop-Schutz. In diesem Pop-Schutz, da hängen mittlerweile alle Arten von Speisekopf. Speise-Resten drin, die ich beim Ragen, die mir beim Ragen aus dem Mund geführt habe. Das war geil. Das heißt, wenn du irgendwann mal keiniges zu essen hast, dann schüttelst du das Ding aus, machst du dann auch so richtig geile Hühnerbrühe, oder was? Ja, genau. Also ihr habt glaube ich gerade gesehen, als ich den Mod aus... Oh. Ich glaube, ich habe gerade Päckchen gebracht. Scheiße. Oh nein. Geht der jetzt weiter? Achso, ich kann die Mission wiederholen. Was ist denn du dafür quatsch? Wir können natürlich auch eine Strafe machen, man muss einen halben Liter Algenurin trinken. Das ist doch keine Strafe. Dann mache ich jeden Morgen einen Google damit und reibe mich damit ein. Aber geil. Okay. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen um 18.30 Uhr mit dabei seid, wenn es wieder heißt... ... 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